Reisen Sie mit uns nach Griechenland. Träumen Sie sich mit landestypischen Musik- und Tanzdarbietungen, griechischen Köstlichkeiten und farbenfrohen Cocktails unter den azurblauen Himmel einer weitläufigen Meeresküste. Kommen Sie vom 14. bis 30. April zu uns in die Obermaintherme und genießen Sie täglich ab 19 Uhr zwischen griechischen Statuen, anisduftenden Peelings und knorrigen Olivenbäumen das unbeschwerte Lebensgefühl unter der ewigen Sonne von Chelas. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.